Wie empfinden Sie momentan das Wetter? Schön, weil wir Urlaub haben. Es ist sehr heiß, schwül und ich schwitze sehr viel. Das ist nicht so geil. Ja, im Moment finde ich es sehr angenehm. Also wenn man in den Schatten geht, in der Sonne, es ist sehr warm, schwül, drückend und sonst eigentlich ganz gut. Hast du irgendeinen heißen Tipp für unsere Zuschauer, wie sie sich schön abkühlen können? Ich habe mir jetzt gerade einen Pool gekauft für den Gewand. Und das ist eigentlich nur Badenwasser mit kalten Lappen in den Nacken. Also das ist das Einzige, was man jetzt noch helfen kann. Duschen, duschen, duschen und baden gehen. Soweit das jetzt in den Schwerener Seen möglich ist. Schön im Schatten sitzen. Das ist das Einzige, was ich hier den Leuten vorschlagen kann. Wenn ich zu Hause bin, dann im Pool oder halt an den See gehen. Zusätzlich zu dem Barmetta ist heute auch noch passenderweise der Faulpelztag. Was machst du denn heute alles nicht? Arbeit, ich habe heute frei. Ich gehe heute nicht in die Schule, weil ich noch keine Schule habe. Und was mache ich heute nicht? Ich bin heute zum Beispiel nicht bei meinem Pferd, weil ich ihm das ersparen möchte bei diesem Wetter. Ich mache eigentlich alles. Ich arbeite jetzt gerade, deswegen bin ich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Eigentlich gibt es nichts, was ich nicht mache. Keine Zeit zum Faulpelztag sein? So sieht es mir aus, ja. Vielen Dank. Ich gehe jetzt. Vielen Dank.